Und dann auf die Wettbewerb für 5.12. der Arztfeuer steht. So, jetzt frage ich mal andersrum. Wer hat heute Abend einen Termin in der lieben Tante Grün an den Gästen hier? Wer möchte heute Abend was schön weggehen? Warum sagen wir mal andersrum? Wie kommen wir in den Start? Das hat so ein. Wollen wir schon in die Mitte hin? Wir brauchen die Stadt. Das ist die Stadt von Polonia. Haltet mal ein bisschen weiter runter, dass immer mal anfangs. Schluss den Mutbegleiter, der gesagt hat, hat weggenommen und den Baby verstreikert. So, ich glaube, wir haben ihn gerade in Besitzung erholt. Viel Spaß heute Abend noch. Du wirst wahrscheinlich draußen in die Träume eigentlich. Weitere können anfangen. Wir fangen an. Okay, gut, wir haben gerade das Signal bekommen. Die Vorbereitung ist soweit abgeschlossen. Die Kameraden führen jetzt vor, was passiert, wenn Sie in der Küche kochen, mit der Füße oder mit dem Kopf. Und das Fett schon weit abjammelt ist, dass es von selbst anfängt zu brennen. Es dauert natürlich eine Weile, aber wenn es soweit ist, können Sie bitte nicht dies, was jetzt hier vorgeführt wird, nämlich dass die Wasser und das brennende Fett trinken. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch ein Fett. Das ist ja auch ein Fett, das ist ja auch. Ja, nein. Untertitelung des ZDF, 2020